Willkommen zurück zum Part 30 von Let's Play Divany Twinity. Ja, ich habe hier einen schönen Hinterhalt abbekommen und da werden wir mal sehen, ob wir uns rausfinden können. So, jetzt angriffen. Das war ja fast schon schwer. So, und der Zauberer ist wohl weg. Ja, das war doch nicht so schwer. Dieser Zauberer, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie er hieß, hatte was von Dr. Elrath erzählt. Und zwar, ja, so nach dem Motto hier, nee, nach keinem Motto, sondern er hatte gesagt, seine inneren Orkane Soll er wohl einen Dr. Elrath verhofft haben? Schon. Kauft jetzt Dr. Elrath also Organe? Was ist das nur für ein kranker Typ? Der Sache werden wir später noch nachgehen. Erstmal möchte ich hier den Rest des Armviertels erkunden und natürlich ein paar Soldaten töten. Warum nicht? So, das wurde erstmal gelöst. Ähm, was machen wir denn als nächstes für Missionen? Ich könnte auch zur Kaserne gehen, aber erstmal gehe ich zum Gasthof zum Dingsen hier, ne? Gasthaus zum Zwergenboot. Ich sollte mich nicht zu oft versprechen. Das würde, glaube ich, das letztlich ein bisschen besser machen. Zum Armenfriedhof. Südwest. Im Land der Toten gibt es weder arm noch reich. Aber hier eine Spinne. Pam, so. Armenfriedhof. Ja, da werden wir auch noch hingehen. Ist kein Problem. Eine Katze. Oh, 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 oh. Sorry. Wollte ich nicht. Gut, dann sind wir ja auch schon rum. Geht ja relativ fix wahr. Ich möchte auch in das Haus hier. Kommen wir hier rein? Ja. Ah. Allerdings gibt es ja auch nicht viel. So, dann hier rein. Balin. Hi, was haben wir denn da? Ein Abenteurer, der ohne Erlaubnis in meinem Viertel herumschleicht? Höchst interessant und gefährlich. Natürlich. Ähm. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Ich benötige mich nicht. Ah, dürfte ich fragen. Ha. Fett fand's. Wie kommt es, dass einer allein... Ähm. Sorry, ich musste gerade einen kleinen Schnitt machen, weil jemand zur Tür reingekommen ist. So, ein Trottel. Ähm. Wie kommt es, dass einer allein ein ganzes Stadt will, sein eigen nennen kann? Und warum sollte ich nach Erlaubnis fragen, um eine Wege zu gehen? Jetzt zeigt Mut für jemanden, der nicht so aussieht, als könne er sich einer meute Schläger in einer dunklen Gasse erwehren. Aber ich respektiere Mut. Vielleicht könnte er mir bei einer Kleinigkeit beruflich sein. Ähm. Was für eine Kleinigkeit? Jonas. Ja, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ein lokaler Stadtführer hat es sich bei mir verscherzt. Ja, bei mir auch. Äh. Der wird wissen, was ich meine. Ich verdächtige ihn, einer meiner Lieblingsheilskappen gestohlen zu haben. Ich will sie zurückhaben. Ähm. Falls ihr wissen wollt, wer der Typ nicht da im Spiel ist. Ja, er wird sich gerade angesprochen fühlen. Es ist nicht weiter wichtig. So, äh. Wie könnt ihr sicher sein, dass Jonas der Diebe ist? Ich bin ein wichtiger Mann in dieser Stadt. Und daher lasse ich mein Haus überwachen, wenn ich unterwegs bin. Jonas würde beim Eindringen in mein Haus beobachtet. Wurde, natürlich. Als ich in Vertistis auf Geschäftsreise war. Und als ich zurückkehrte, bemerkte ich, dass fiel einer meiner Halsketten. Keine Frage. Die Ratte hat mich bestohlen. Um sich den Bauch auf meine Kosten vollzuschlagen. Okay. Noch ein Auftrag. Balin die Halskette zurückbringen. Hm. Ich werde ihn mal ausfragen. Den Typen da oben. Was er da so zu sagen hat. Ähm. Jonas. Ich habe mit Balin gesprochen. Er sagte, er steht auf seiner schwarzen Liste. Hm. Ich will nicht über Balin sprechen. Er ist lediglich ein Aufschneider. Der glaubt, dass ihm dieser Ort hier gehört. Folgt ihm nicht. Glaubt ihm nicht. Und ich glaube, er hatte eine andere Stimme. Aber. Sowas vergesse ich ja öfter mal. Gibt es einen Grund, weshalb ich mich von diesem Teil der Stadt fernhalten sollte? Das Abendviertel ist ein gefährlicher Ort. Unvorsichtige werden in den Seiten der Straße leicht ausgeraubt oder gar ermordet. In der vergangenen Woche fand die Stadtwache zum Beispiel die Leichen von drei Trunkenbolden, die auf der Straße geschlafen hatten. Ich kann mich leicht daran erinnern, dass ich das schon mal gesprochen hatte. Na gut. Ja, ist okay. Ähm. Das hätte ich doch schon mal besprochen. Okay. Vielleicht können wir ja mal sein Haus durchsuchen. Äh. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Balins Halskette. Na Mensch. Das ging ja schnell. Gut. Um ehrlich zu sein, wusste ich ja wo das lag. Deswegen wusste ich nicht lange suchen. Ähm. Aber man hätte auch einfach Alt drücken können. Dann hätte man es auch gefunden. Ne? Hier. Ähm. Wollen wir ihn vielleicht darauf ansprechen? Ja, würde ich schon sagen. Äh. Jonas, dieses Halsband habe ich in eurem Besitz gefunden. Erkennt ihr es? Jawohl. Das gehört diesem gierigen Balin. Dieser Blutzucker macht einem das Leben auf der Straße noch schwerer als es schon ist. Er braucht die Klunker nicht. Er braucht die Klunker nicht. Und er bekommt durch seine Erpressereien Geld im Überfluss. Aber ich. Ich brauche jeden Kupferling zum Überleben. Ähm. Erzählt mir mehr über diesen Balin. Er ist ein Halsabschneider und Mörder, der Geld von den Bettlern und Huren erpresst. Der Mistgeld glaubt, die Straßen gehörten ihm. Ähm. Ich sage euch. Je früher jemand dieses fette Arschgesicht erledigt. Der hier wollte schon zu dem Fettsack sagen. Ähm. Arschgesicht erledigt. Umso besser ist es für alle. Mann, Mann, Mann. Hier geht es so übel rum. Ähm. Wenn dieser Balin so übel ist, wie er sagt, werde ich die Welt von ihm befreien. Oder? Hm. Doch. Ja, werde ich machen. Töte den Schweinehund langsam und lass seine Leiche für die Hunde in der Koste liegen. Er hat Dutzende auf dem Gewissen. Höchstzeit. Es ihm mit gleicher Münze einzuzahlen. Welche Münze? Mensch. Wovon sprichst du? Balin eine Lektion erteilen. Machen wir. So. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Wann habe ich angefangen? Ähm. Viertel. Ähm. Dann. Hm. Naja. Mal schauen. Verdammt. Okay. Balin. Oh. Das wollte ich nicht. Ähm. Ich bin das mal in der Tatendieb. Ich habe mit Jonas gesprochen und er hat mich über euch aufgeklärt. Bereitet euch vor zu sterben. Eure Tage sind gezählt. Ähm. Der ist tatsächlich etwas schwerer. Es ist einfacher ihm einfach die Halskette zurückzugeben. Allerdings wäre der Jonas dann auch entsprechend tot. Und der Huf würde auch sinken. Da wir einem Verbrecher geholfen hätten. Deshalb werde ich ihn erledigen. Denn das wird vielleicht aber nicht so leicht werden. Mal schauen. Was? Ihr wagt jetzt mich anzugreifen? Das werdet ihr bereuen. So. Mal schauen. Geht eigentlich. Oder? Ja. Er trifft doch. Ja. Ja. Ist gut so. Das ist dann natürlich nicht gelöst. Das ist aber auch klar. Wie sollen wir ihn in die Halskette auch zurückbringen, wenn er schon tot ist? Und äh. Solche Risiken muss man eben auch eingehen. Wenn man. Das Spiel spielen. Muss. Äh. Wenn man. Das Spiel spielt. Dann muss man eben solche Risiken eingehen. Manche Aufgaben. Widersprechen sich mit der anderen. Und deswegen muss man sich dann mal entscheiden. Mache ich die oder die? Welche ist besser? Vor allem für den eigenen Ruf. Oh. Das war die Fähigkeiten. Ich verwechsel die beiden Button immer. Ähm. Vor allem für den Ruf. Ist das sehr entscheidend. Manchmal sogar. Nicht wirklich entscheidend. Da das nicht viel Unterschied macht. In dem Fall aber schon. So. Ja. Hätten wir. Die Halskette zurückgegeben würde. Glaub. Ah. Seid ihr blind, Zwerg? Habt ihr mich nicht gesehen? Meine Augen sind in Ordnung, Mensch. Ihr müsst was an den Ohren haben. Ich hab doch gerufen, dass ihr Platz machen sollt. Aber ihr könnt ja nicht hören. Es geht nicht darum, wer am lautesten schreit. Ich hatte Vorfahrt. Ihr hättet langsamer fahren oder stehen bleiben müssen. Ich war langsam genug. Ihr hattet genug Platz. Aber ihr fahrt ja wie ein besoffenes Schwein. Lasst mich doch mal ganz kurz aussprechen. Mensch. Ähm. Was ich sagen wollte. Äh. Der Ruf wäre um zwei gesunken. Wenn man eben das zurückgebracht hätte. So. Ähm. Jetzt haben die also ein Problem hier. Zwei Wagen. Toll. Was ist mit euch verdammten Menschen bloß los? Könnt ihr nicht vorsichtig erfahren? Ich hatte Vorfahrt. Ihr hättet mir Platz machen müssen. Ich hab genauso ein Recht auf die Straße wie ihr oder jeder andere. Bei den rasenden Göttern. Jedes Mal, wenn mir unterwegs etwas passiert, ist ein Zwerg daran schuld. Habt ihr denn keine Ahnung, wie man oberhalb des Erdbodens fährt? Dieses Spiel. Es verarscht mich. Ähm. Es äh. Unterbricht mich einfach immer wieder. Da sind wohl zwei Leute mit ihrem Karren aufeinander gestoßen. Und jetzt haben sie ziemlich Streit. Ja. Wir werden da sicher öfter nochmal vorbeikommen. Deswegen. Äh. Also da kommen auch öfter mal Gespräche. Ähm. Zustande. Noch jemand. Was wollen die denn alle von mir? Jolie. Ähm. Habt ihr ihn ges- Ne. Die hat eine weibliche Stimme. Äh. Habt ihr ihn gesehen? Ähm. Ich bin heißer. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr den hochten Sohn gesehen? Äh. Meinst du deinen Sohn? Ne. Beruhigt euch. Gute Frau. Von wem redet ihr denn? Ich suche einen Mann. Mein. Mein Mann Logan. Dummkopf. Ich bin kein Dummkopf. Der Mistkerl sitzt garantiert in der Taverne oder erleichtert heimlich ehrliche Leuten um ihr Geld. Meine Mutter hatte mich gewarnt ihn zu heiraten. Moment mal. Er stiehlt? Ich habe doch vor kurzem einen betrunkenen vor der Taverne da gesehen. Wo ist mein Gold? Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Dialog sehe ich gerade zum ersten Mal. Hey. Ähm. Ähm. Werde ich gleich mal erklären. Zucka. Am Morgen. Ähm. Bleibt mir vom Leihgestinkmaul. Man hat mich bereits vor euren hinterlässigen Diebestricks gewarnt. Ähm. Ja, ich habe den Dialog tatsächlich gerade zum ersten Mal gelesen, denn ich hatte den vorher ja nochmal angesprochen und dann konnte man ihn darauf hinweisen, dass er ja was gestohlen hat. Da hat man das zurückbekommen. Hat sich aber nicht viel verändert. Nö. Ähm. Ja. Jetzt kriegt man das wohl nicht mehr zurück. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, wer sollte diese Frau sein? Ja, jetzt weiß ich es. So. Was steht denn hier drauf? Zur Burg Eisenfaust. Nordost. Lang lebe der Herzog. Burg Eisenfaust. Da waren wir doch schon mal. Nicht drin, aber ja. Warnu. Die in diesen Fässern befindlichen Tränke sind Eigentum des mächtigen Magiers Kistandallius. Berührung strengstens untersagt. Die Zuwiderhandlung führt zur sofortigen Belegung durch einen fürchterlichen Fluch. Natürlich. Falls bereits Tränke entwendet wurden, so gebt diese umgehend und vorsichtig zurück. Wie? Die entwendeten? Also wenn sie von anderen Leuten entwendet wurden, sollen wir sie zurückgeben oder wie? Ich glaube es ist... Naja gut. Möglicherweise wurde der Fluch noch nicht ausgelöst. Ihr seid gewarnt. Oh. Ja, das soll wohl der Fluch sein, aber das juckt mich ja nicht. Guck mal zwei Schaden hier ein bisschen. Oh. Hoch. Ja, das war ein bisschen mehr. Hehehe. Ich nehme einfach mal alles mit. So. Ja, ist doch gut. So. Ein bisschen. Oh. Der zittert hier rum. Hoch. Ja, sollte man doch nicht so unüberlegt tun hier. Einfach die Kisten öffnen. Sowas wird es öfter mal geben. Irgendwelche Fallen. Hatten wir aber glaube ich auch schon mal gesehen. Solche Fallen. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ich weiß echt nicht wann... Wann. Ah man. Leute. Das werden wir das nächste Mal in der nächsten Folge weitermachen. Denn ich weiß echt nicht wann ich angefangen habe. Und ich werde es jetzt einfach mal beenden. So. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Wenn ich euch gefallen habe, abonnieren und vor allem kommentieren. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.